im Haus und die gestoppt zum Echtleid aber ich bin genau hier weiter wenn die Chemie bestimmt seht und ich kann mit dieser ich hab die kostenlose Hütte geladen und ich kann mit der nur 10 10 Minuten aufnehmen bis die Aufnahme im Auto macht es stoppt und deshalb stopp ich immer irgendwann zufällig aber hier hab ich halt das leider vergessen Nein, ich weiß nicht, wie er auch das Leben ist WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Köln zum Jubiläum ein Stadter Köln Köln Selbstständig machen aber ich habe keine taste das die Schacht wird ich habe sie das Leben durch Mach schon, Buzz. Raus hier, Woody. Raus hier. Woody, ich bin kein Space Ranger. Ich bin nur irgendein Spielzeug. Buzz, hör zu. Du bist nicht irgendein Spielzeug. Du kennst Andy und bist sein Liebling. Ich. Oh nein. Sid. Und dein gemein lachend macht Sid eine Rakete mit Kleber und dann Buzz fest. Houston, wir sind stark klar. Dann geht er mit Buzz nach draußen. Woody kann Buzz nicht alleine retten. Nur die mutierten Spielzeuge können helfen. Hör zu, das ist ein Spielzeug, das eure Hilfe braucht. Die Spielzeuge sind bereit zu helfen. Doch müssen sie mit Neros Sitzhund fertig werden. Oh Gott. Rollerbob. Durchquere das Haus von Sid mit Rollerbob's Hilfe. Ach ja, Vorsicht vor Neros Sitzhund. Also wir sind jetzt... Wir müssen uns vor einem Hund in Acht nehmen. Also wir müssen uns vor allem verlieben. Acht reais. Was? Ich bin ja wohl damit. Was? Da um mich mit dir das alles verheiratet. E-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Hoh ich das Ende! Hoh ich das Ende! Das ist eigentlich gut. Bier und sein Steht! Bier und sein Steht! Ja, wir müssen unsere Hunde nachnehmen. Ist gut, ist gut, ist gut. Nochmal ins Hälfte, Entschuldigung, jetzt können wir spielen. Hallala, Scheiße man Leute, Scheiße! Ja, das ist gut. Aber das Leben ist irgendwie geil. Das ist cool. Gefällt mir. Das ist ein Skateboard, wo ein Ding hier aufgebaut ist. Wie soll man das schaffen hier? Das kann man nicht schaffen. Das ist unmöglich. Wie soll ich damit schon vorbeikommen? Ich komm da nicht vorbei! Ich komm da nicht vorbei! Ich komm da nicht vorbei Leute! Ich komm da nicht drüber! Ich komm da nicht drüber! Warte mal, warte mal! Ich komm nicht drüber! Ahhhh, so einес. Mir seid ihr schreckt! Oh Ich bin nicht sehr erschrocken! Leute! Bin ich erst erschrocken! Oh Leute, bin ich erst erschrocken! Oh Leute, bin ich erst erschrocken! Oh Leute, bin ich erst erschrocken! Leute bin ich erst erschrocken! Oh! Das kommt ja so vorhersehend, aber wirklich. Ich bin voll erschrocken. Oh man, hier. Schon wieder, dann bleib ich da hin und ich vergesse das einfach. Das ist doch, das ist doch scheiße. Wie willst du das schaffen? Oh, da wabau. Aufteig? Ich würde mir wieder aufteig machen. Leck mich doch am Arsch! Hey! Wo ist es? Schreie! 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 Wow! Sorry Leute für den Schrei! Sorry Leute für den Schrei! Ich weiß, wo der Hund jetzt kommt. Ich bin ein bisschen froh, wenn Barbara kommt. Was denn?! Oh man! Wo, wo! Wie bleiben wir jetzt? Wie soll ich da bitte schon ausweichen, Leute? Wie soll ich da ausweichen? Wie soll ich da ausweichen, Leute? Wie soll ich da ausweichen? Wie soll ich denn ausweichen? 21. 22. 23. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 28. Ich kann doch nicht ausweichen! Ah, ich dachte, ich muss dich nicht austricksen. Ich kann doch nicht ausweichen!